Oha, da schneit. Let's go. Eigentlich wollte ich eigentlich pinkeln, aber wo ich das sehe. Ja, das ist, wo ich gerade sehe. Sehr heftig. Ich stehe gerade auf mein Klo. Deswegen kann ich das alles sehen. Und ja, bestes Video, wo schneit einer. Wo ich in der Schule war, hat es doch ja auch geschneit. Und was werde ich dazu sagen? Und tschau, Leute!